Hallihallo ihr Lieben, es soll jetzt nur ganz 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 ein schnelles Video werden. Und zwar wollte ich euch um was bitten, aber dafür kommt danach auch nach diesem Video gleich mein Outwear of the Day und vielleicht noch ein Faschingslook, vielleicht schiebe ich den auch schnell hinterher. Aber es kommen auf jeden Fall viele Videos am Wochenende. Ich wollte euch bitten, auf den Link hier in der Infobox drauf zu klicken und ein bisschen runter zu scrollen. Da kommt mein Foto und ich bitte euch, gefällt mir da drauf zu drücken. Wäre echt lieb von euch. Ein paar haben es schon gemacht, weil die es bei Facebook gesehen haben. Aber es würde mich echt freuen, wenn ihr das auch noch machen würdet. Also drückt mir die Daumen.